Was ist die Free Agency? Was ist ein sogenannter Free Agent und was ist ein Franchise Tag? Diesen Fragen stellen wir uns heute und wenn ihr mehr wissen wollt, dann bleibt auf jeden Fall dabei. Bevor es losgeht, muss man natürlich wissen, was ist ein Free Agent? Ein Free Agent ist einfach ein Spieler, dessen Vertrag ausläuft, beziehungsweise ein Spieler, der noch keinen Vertrag fürs neue Liga-Jahr hat. Aber hier gibt es gewisse Unterschiede und die schauen wir uns jetzt natürlich an. Als erstes haben wir den sogenannten Undrafted Free Agent. Das ist ein Spieler, der zwar im NFL-Draft war, aber von keinem Team gepickt wurde und jetzt quasi mit allen Teams verhandeln darf. Eigentlich ist es gar nicht so schlimm, wenn man als Undrafted Free Agent auf den Markt kommt, denn zum Beispiel finanziell macht es fast keinen Unterschied, ob man jetzt zum Beispiel ein Sext- oder Siebt-Rundenpick ist oder eben gar nicht gedraftet wurde und zu einem Team kommt. Und außerdem ist es fürs Team ein bisschen besser, auch in der öffentlichen Meinung, weil zum Beispiel, wenn der Free Agent keine Leistung zeigt oder einfach keine Leistung bringt, dann kann man dem Team nicht vorwerfen, dass es einen Pick verschwendet hat. Als zweites haben wir den sogenannten Exclusive Rights Free Agent. Das ist ein Spieler, der zwei oder weniger abgeschlossene Seasons hat. Dieser darf mit keinem anderen Team verhandeln, wenn sein altes Team ihm bereits ein Angebot gemacht hat. Ja, als Exclusive Rights Free Agent hat man dann im Endeffekt nur zwei Optionen. Entweder man nimmt das Angebot von seinem alten Team an oder man kann nicht spielen. Als drittes haben wir den sogenannten Restricted Free Agent. Das ist ein Spieler, der bereits drei Seasons in der NFL gespielt hat und abgeschlossen hat und dessen Vertrag jetzt ausläuft. Wenn ein Angebot vom alten Team vorliegt, hat er trotzdem die Möglichkeit, mit anderen Teams zu verhandeln. Akzeptiert der Spieler ein Angebot des neuen Teams, hat das alte Team nochmal die Möglichkeit, hier nachzuziehen und sein Angebot anzugleichen. Sollte der Spieler trotzdem zu dem neuen Team wechseln, werden sogenannte Kompensationen fällig oder zu deutsch ein Ausgleich. Die Höhe des Ausgleichs ist abhängig vom sogenannten Tender und zu dem kommen wir jetzt. Ein Tender muss man sich so vorstellen, ja ich gebe dir jetzt diesen Spieler, aber ich will was von dir zurück. Zum Beispiel, es gibt den sogenannten First Round Tender. Hier muss das neue Team einen Erstrundenpick hergeben. Es gibt dann noch den Second Round Tender, hier muss das Team natürlich einen Zweitrundenpick hergeben. Dann gibt es den Original Round Tender, hier muss zum Beispiel, wenn der Spieler in der fünften Runde gepickt wurde, dann muss das neue Team einen Fünftrundenpick hergeben. Dann gibt es noch das Right of First Refusal, das heißt einfach, dass kein Ausgleich stattfindet. Als vierte Option haben wir die sogenannten Unrestricted Free Agents. Das sind Spieler, die vier oder mehr Seasons abgeschlossen haben und diese können ohne Einschränkungen mit jedem Team in der NFL verhandeln. Die Free Agents müssen bis zum Beginn des Trainingscamps einen Vertrag haben. Ansonsten, wenn jetzt das alte Team ein Angebot gemacht hat, das mindestens 110% des Vorjahresgehalts entspricht, dann erhält dieses Team exklusive Verhandlungsrechte. Das alte Team muss dann spätestens bis zum zehnten Spieltag den Spieler verpflichten oder der Spieler muss halt die Season aussetzen. Hier kommt jetzt aber eine Besonderheit, diese Free Agents können mit dem sogenannten Franchise Tag belegt werden und den schauen wir uns jetzt an. Ein Franchise Tag wird angewendet, wenn jetzt der Vertrag ausläuft und fürs neue Jahr bzw. eben fürs neue Liga-Jahr noch kein neuer Vertrag zustande gekommen ist. Aber du willst diesen Spieler auf keinen Fall verlieren, dann kann man den Spieler mit diesem sogenannten Tag eben belegen und ja, zu den Vor- und Nachteilen kommen wir jetzt. Als erstes haben wir den Exclusive Franchise Tag. Hier ist es dem Spieler nicht erlaubt, mit irgendeinem anderen Team irgendwas zu verhandeln. Das ist natürlich ein bisschen blöd für den Spieler, weil er ja quasi bei dem Team bleiben muss. Dieser Franchise Tag gilt für ein Jahr, also man kann den Spieler quasi nur für ein Jahr mit diesem Tag belegen. In diesem Jahr kriegt er aber auch ein ordentliches Gehalt, nämlich das Gehalt ist dann ein Durchschnittsgehalt aus den 5 besten Gehältern der letzten 5 Jahre auf dieser Position. Alternativ kriegt man 120% des Gehalts aus der Vorsaison. Hier kommt es aber dann darauf an, was höher ist, entweder dieser Durchschnitt oder die 120% und je nachdem, das bekommt dann der Spieler. Als zweite Option haben wir den sogenannten Non-Exclusive Franchise Tag. Hier darf der Spieler mit anderen Teams verhandeln, aber wird man sich dann einig, also der Spieler wird sich mit einem neuen Team einig, dann hat das alte Team nochmal die Möglichkeit, sein Angebot nachzuziehen und es sozusagen identisch machen. Findet trotzdem ein Wechsel statt, dann schuldet das neue Team dem alten Team zwei Erstrundenpicks. Dann gibt es noch den sogenannten Transition Tag. Hier gilt das gleiche wie beim Non-Exclusive Franchise Tag. Man darf mit anderen Teams verhandeln, aber es werden keine Kompensation fällig, also findet ein Wechsel statt, muss man keine Picks hergeben. Auch hier hat man eine Gehaltsgarantie, nämlich man erhält von den 10 besten Gehältern auf dieser Position den Durchschnitt. Jetzt kommt aber das kleine Manko bzw. das Glück für die Spieler. Ein Franchise bzw. ein Team kann nur einen Spieler pro Saison, also pro Jahr mit diesem Franchise Tag oder mit dem Transition Tag belegen. Außerdem kann man das nur zu einer bestimmten Zeit, nämlich zum Beispiel jetzt in der Saison 2024 vom 20. Februar bis zum 5. März. Der Start der Free Agency, also der Start, wann man mit neuen Spielern verhandeln darf, startet mit einem neuen Liga-Jahr und das ist meistens so Anfang März. Ja Freunde, ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer und kennt euch vielleicht ein bisschen besser aus. Wenn ihr Fragen habt oder ich irgendwas vergessen habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir natürlich ein Like da und vielleicht auch ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wenn ihr das Video anschaut. Ciao!